Deutschland sucht nicht den Superstar, sondern wählt ein neues Staatsoberhaupt. Vielmehr akklamiert es im Stile Nordkoreos dem bisherigen Amtsinhaber als alten und neuen Grüß August von und zu Berlin. Denn das deutsche Volk darf seinen eigenen Präsidenten im Gegensatz zu vielen anderen Ländern der Welt wie beispielsweise Russland, Frankreich oder Österreich nicht direkt wählen. Nur Wahlmänner, wie in der stabilen Vorzeigedemokratie Italien, also parteipolitisch handverlesene Hinterbankle-Muhren, delegiertes Abstimmungsvieh, bestbezahlte Schlafschafe, TV-Sternchen und XY-Promis, allesamt von Parteien in Sand, dürfen zur Urne treten. Und Frank-Walter Steinmeier, dem bisherigen roten Knecht der Regierung, untertänigst und holtvoll zum neuen wie alten Häuptling des Ampel-Irrenhauses Deutschlands wählen. Und er hatte sich auch redlich verdient. Brav wie Bello apportierte alle Wünsche aus der Regierung, stand an der Seite der Mehrheit der Regierenden und Mächtigen anstatt an der Seite des Volkes wahr. Den KanzlerInnen immer treu und loyal ergeben, degradierte sich und sein Amt zur Sprechpuppe, zur ferngesteuerten Marionette einer Regierung. Er schwamm halt wie ein toter Fisch. Im Mainstream schwieg sich zu den Brüchen von Grund- und Freiheitsrechten gänzlich aus. Nur manchmal, manchmal, ganz selten, zeigte er sich mutig, wenn er anständige und rechtschaffende Bürger diffamieren konnte, gegen sein eigenes Volk beuterte. Nun wird seine Amtszeit verlängert. Von Wahl kann man nicht sprechen, denn das Ergebnis steht bereits fest. Neben den ideologischen Brüdern und Schwestern im Geiste, den Sozialdemokraten und den Gründinnen, also der Marihuana-Fraktion, wählen ihn auch die Christdemokraten und die Liberalen. Wie es sich halt für einen Einheitskandidaten der Blockparteien gehört, wo selbst die Opposition zu treuen Dienern der Macht verkommt. Man muss sich diesbezüglich vorstellen, dass selbst die Wahl eines Dschungelkönigs, eines Privatsenders, in Deutschland demokratischer, transparenter und ehrlicher vonstatten geht, als die Wahl des deutschen Bundespräsidenten. Denn das Land ist eine Erdmonarchie der Parteien. Die Funktionen werden nur an treue, loyale und vor allem feige Parteigänger vergeben. Da soll noch einer in Deutschland den Satz formulieren, wir sind eine Demokratie. Nein, meine lieben Deutschen, ihr seid das Irrenhaus der Welt. Eine Gouvernantendemokratur erster Güte.